Am nächsten Morgen kamen, wie erwartet, ein paar Wachen an Faras Zelle vorbei, um ihr das Frühstück zu bringen. Sie schnaubten jedoch nur verwirrt auf, als sie bemerkten, dass die Stute sich nicht rührte. Farah hatte eine theatrale, schmerzverzerrte Kremasse aufgelegt, um ihre List noch dramatischer wirken zu lassen. Als die Wachen zu ihr hereinkamen und sie anstupsten, keuchte sie nur gurgelnd auf und verdrehte die Augen. Schaum hing vor ihren Lippen und ihre Zunge hing weit aus ihrem Maul heraus. Als die Wachen verzweifelt aufwirrten, kam Grindor bereits in die Zelle gestürmt. »My Lady, geht es euch gut? Meine Güte, was ist geschehen?« Farah musste sich nun doch sehr zusammenreißen, dass sie nicht lachte. Grindor spielte seine Rolle des unwissenden, besorgten Lehrers wirklich verdammt gut. »Sie rührt sich nicht. Sie reagiert nicht einmal auf Berührungen,« schnaubte eine der Wachen mit vor Angst geweihteten Nüstern. »Oh nein, das sieht mir ganz nach einer schlimmen Dezeptitis aus,« schnaubte Grindor aus, als ich vor Sorge. Die Wachen schlugen nervös mit den Schweifen. »Ist es was Ernstes?«, fragte die andere Wache besorgt. Grindor warf den Kopf herum und stierte den ohnehin schon verunsicherten Hengst Bitterböse an. »Sie wird sterben, wenn sie nicht sofort medizinische Hilfe bekommt. Holt Gaius! Schnell!« Das ließen sich die Wachen nicht zweimal sagen. Sie legten ihre Waffen nieder und eilten so schnell wie Silberpfeile davon, um den Hofarzt zu alarmieren. Als sie außer Hörweite waren, konnte Farah sich nicht mehr halten und lachte aus voller Kehle heraus. Grindor verpasste ihr eine liebevolle Kopfnuss. »Ihr seid wirklich eine ganz gewiefte Füchsin, my lady. Mit dieser Darbietung hättet ihr bei den großen Festspielen von Amaran auftreten können und das ganze Publikum hätte gemeint, ihr würdet wirklich auf der Bühne sterben. »Deceptiitis, Grindor! Du erinnerst dich, dass ich Lateinunterricht hatte, nicht wahr? Deceptio! Täuschung! Meine Tarnung wäre beinahe durch eine Kicherattacke aufgeflogen!« »Sschschsch! Sie kommen zurück!« brachte Grindor sie lächelnd zum Schweigen und drückte ihren Kopf etwas unsanft zurück in den Staub. Gaius, der alte, isabelfarbene Hofarzt, kam herbeigetrabt, fühlte Farahs Puls und hob ihre Augen nieder an. »Sie muss sofort in Behandlung. Es steht äußerst schlecht um sie.« schnaubbte er nach kurzer Zeit und begann Farah auf eine Tragebare zu zerren, die die beiden Wachen ihm mitgebracht hatten. Mit vereinten Kräften trugen sie Farah aus dem Kerker heraus und brachten sie in die Räumlichkeiten des alten Arztes, der die Stute vor den Augen der Wachen sofort mit kalten Tüchern zudeckte. »Sie braucht nun äußerste Ruhe. Ich werde mich schon um sie kümmern.« Die Wachen neigten ehrfürchtig die Köpfe vor dem alten Arzt und trotteten in bester, gutgläubiger Manier davon. Gaius zog Farah die kalten, nassen Tücher sofort vom Leib, als er sie in Sicherheit wusste. Sie sprang von der Bahre herunter und schüttelte sich die Kälte und den fürchterlichen Staub des Kerkers aus dem roten Fell. »Ich danke euch so sehr. Aber was erzählt ihr meinem Vater, wenn er bemerkt, dass ich fort bin?« »Es kommt immer wieder vor, dass Pferde im Fieberbahn zu wandeln beginnen«, schnaubte Gaius lächelnd. »Und wenn wandelnde Pferde ausgerechnet den Geheimgang finden, kann kein Arzt etwas dagegen tun. Schließlich hat er noch andere Patienten, um die er sich kümmern muss.« Farah nahm die Tasche mit den Medikamenten von Grindor entgegen und hängte sie in ihrem Gurt ein, bevor sie sich noch ein letztes Mal eng an die beiden alten Hengste schmiegte, die sie seit ihrer Kindheit begleitet hatten. »Aus euch wäre eine wundervolle Königin geworden«, schnaubte Grindor sanft, als Farah sich von ihnen löste. »Ich bin keine Königin. Ich bin frei«, entgegnete Farah und blickte in den Geheimgang hinter dem Medikamentenschrank, den Gaius ihr freigelegt hatte. Als sie einen Schritt tat, rief der Arzt sie jedoch noch einmal zurück. »Eine Dosis am Morgen und eine am Abend. Ich kann nicht garantieren, dass es ihm hilft, aber ich wünsche euch alles Gute.« Farah nickte dem Isabellen noch einmal freundlich zu, bevor sie zum Abschied auf die Hinterbeine stieg und schließlich durch den langen, dunklen Gang davongaloppierte. Nicht einmal ihre kleine Schwester war noch am Leben. Hier hielt sie nichts mehr. Nur Fatima tat Farah leid. Aber wenn sie sich vorstellte, dass ihre Mutter sie wahrscheinlich ohnehin nicht mehr gesehen hätte, wenn sie Aino geheiratet hätte, linderte es sich ihr schlechtes Gewissen wieder ein wenig. Farah galoppierte über die schneebedeckten weiten Keldors und betete, dass sie keine der Wachen von der Burg aus entdeckte. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die Sonne die dünne Schneeschicht geschmolzen hatte und all die Spuren, die sie hinterließ, für die königliche Garde unsichtbar wurden. Mit Mühe und Not erreichte Farah die Stelle, an der sie Aaron am Vortag zurückgelassen hatte. Doch als sie sich umblickte, konnte sie ihn nirgends erkennen. Verzweifelt wierte sie nach ihm, erhielt jedoch keine Antwort. Farah suchte die Umgebung nach Spuren ab und entdeckte ein paar Schleifspuren, die zu einer kleinen Baumgruppe in der Nähe führten. Hatte sich Aaron vor dem Schnee in Sicherheit gebracht? Ihr Herz machte einen Satz, als sie einen kleinen Flecken goldenen Fels entdeckte, das unter einer Schicht Gras lag. Er hatte es tatsächlich geschafft, sich für die Nacht einzurichten. Die Stute galoppierte näher und stupste Aaron freudig an, in der Erwartung, dass es ihm schon wieder besser ging. Doch er rührte sich nicht. Farah stieß ihn an. Noch immer gab er keinen Laut von sich. Sein Körper war nicht mehr so heiß wie am Vortag. Stattdessen fühlte er sich nun ganz kühl an. Viel zu kühl. Farah steckte ihre Nase in die Tasche an Arons Schwertgurt und holte seine Feuersteine heraus. Dann rollte sie einige schwere Steine heran und entzündete ein Feuer, bevor sie sich wärmend hinter ihn legte und ihre Nüstern an seine Halsschlagader presste. Sein Puls ging flach wie das versiegende Rinnsal eines Schmelzwasserbaches im Frühling. Hektisch kramte Farah die Ampulle mit der Medizin aus ihrer Tasche. Eine Spritze fiel heraus, die Farah zitternd aufnahm und bis zu einer Markierung mit dem Serum aus der Ampulle aufzog. Dann stach sie Aaron vorsichtig die Nadel in den Hals und drückte ab. Es passierte jedoch gar nichts. Mit Tränen in den Augen packte Farah die Medizin wieder ein und legte ihren Kopf wärmend auf Arons Schulter. Doch er erwachte nicht. Selbst nach mehreren Stunden atmete er noch immer flach und bewegte sich kaum. »Du brauchst Wasser«, murmelte Farah und blickte zu einer kleinen Schneewehe im Schatten der Baumgruppe, die noch nicht geschmolzen war. Farah fasste den Schnee zu einem Ball zusammen und schob ihn Aaron stückchenweise ins Maul. Er schmatzte und schluckte, als der Schnee in seinem Maul zu Wasser wurde. Er gab Lebenszeichen von sich. Farah schaffte noch mehr Schnee heran, bis sie der Meinung war, dass Aaron genug Wasser getrunken hatte. Dann begann sie neues Feuerholz und Heilkräuter zu suchen. Als es Abend wurde, löschte Farah das Feuer, damit der helle Schein von der Burg aus nicht bemerkt wurde. Dann deckte sie sich und Aaron wieder mit Gras zu und wärmte ihn die ganze Nacht hindurch. Die nächsten Tage verliefen nicht viel anders. Farah verabreichte Aaron die Medizin, wie Gaius es ihr empfohlen hatte, und versorgte ihn mit geschmolzenem Schnee und Kräutern, die sie ihm vorkaute und ins Maul schob. Doch sein Zustand verbesserte sich nicht. Allerdings wurde er auch nicht schlechter, und das ermutigte die Stute, nicht einfach aufzugeben. Fast eine Woche lang sorgte sie sich jeden Tag um den gefallenen goldenen Hengst und sorgte dafür, dass er alles bekam, was er benötigte, um wieder gesund zu werden. Doch am Ende des siebten Tages ging das Serum langsam zur Neige, und Farahs Hoffnung ebenfalls. Sie war zu spät gekommen. Ihr Vater hatte ihr die wertvolle Zeit geraubt, die sie benötigt hatte, um noch eine Chance auf Aarons Rettung zu haben. Schniefend zog Farah eine letzte Spritze mit dem Serum auf und drückte sie Aaron unters Fell, bevor sie sich beide wieder mit Gras bedeckte und ihrem Freund vor Kummer schniefend die Flanke wärmte. Obwohl sie wusste, dass es keinen Zweck mehr hatte. Farah hatte die Hoffnung endgültig aufgegeben.